Dieser Wechselrichter ist damals ein Prototyp gewesen und wir haben vereinbart, dass wenn dann die Serienreife beginnt, dass dieser Prototyp auf ein serienreifes Modell ausgetauscht wird. Dieses Modell, ich glaube das war der Sunrise 2000, läuft heute immer noch bei mir und das ist jetzt über 23 Jahre und er hat eigentlich keine Ausfälle. Mein Name ist Franz Amersdorfer, ich wohne in Zwettl an der Rodl und ich bin 24 Stunden Sonne.